Starte Deine Karriere bei Bistronic, denn wir haben das richtige Angebot für Dich. Wir bieten eine interessante und abwechslungsreiche Ausbildung in einem modernen, dynamischen und weltweit agierenden Maschinenbauunternehmen. Die Bistronic Group zählt weltweit zu den führenden Anbietern von Systemen für die wirtschaftliche Blechbearbeitung. In über 30 Ländern schätzen unsere Kunden den hervorragenden Einsatz unserer mehr als 2400 Mitarbeiter. Wir entwickeln unsere Lösungen kontinuierlich weiter und schaffen damit einen einzigartigen Mehrwert für unsere Kunden. Unser Erfolg beruht neben Innovation auf Openness und Commitment. Du hast einen erfolgreichen Abschluss der Realschule oder Abitur mit guten Ergebnissen in den naturwissenschaftlichen Fächern, vor allem Mathematik und Physik oder bist gerade dabei diesen zu erlangen. Du besitzt technisches Verständnis und handwerkliches Geschick. Deine gesundheitliche Eignung wie Farbtüchtigkeit und räumliches Sehvermögen ist vorhanden. Du arbeitest gerne im Team und bist zuverlässig, engagiert und aufgeschlossen. Dann freuen wir uns auf Deine Bewerbung. Bis zum nächsten Mal! Bis zum nächsten Mal! Tschüss! Bis zum nächsten Mal.